Wir begrüssen euch zu unserem ersten Podcast namens ECO DRIVECAST. Ich bin Mehmet. Ich bin Erlis. Wir sind heute hier mit Luca Amatschi. Magst du dich das vorstellen? Ja genau, heutzutage. Mein Name ist Luca Amatschi. Ich bin Gemeinderat der grünen Stadt Zürich seit 6 Jahren. Bei den Grünen engagiere ich mich schon länger. Und ja genau so, Klimapolitik natürlich ein Kernanliegen von den Grünen. Und sonst nehme ich auch noch sehr viel mit gesellschafts- und sozialpolitischen Fragen auseinandersetzen. Danke vielmals Luca. Dann würden wir gleich mit der ersten Frage anfangen. Also was bedeutet sie für sie Klimaneutralität? Ja ich glaube das ist eigentlich ein wissenschaftlicher Begriff. Das ist, dass wir möglichst null CO2 ausstossen und damit Treibhausgas nicht weiter anheizen. Dass die Erderwärmung, die ja in den letzten Jahren wirklich stark zugenommen hat, nicht weiter voranschreitet. Ich glaube es ist aber auch etwas, das uns in der Stadt, in der wir leben, ganz viel Lebensqualität bringt. Weil die Quartiere ruhiger, lebenswerter werden. Und darum ist es auch etwas, das uns jetzt da direkt den Nutzen bringt. Okay, okay. Also eine schnelle Frage. Und man will ja, die Schweiz will ja sozusagen... Hallo zusammen, das ist der Mehmet vom Ecotrapcast. Schön, dass ihr den Teaser seht. Wenn ihr Lust habt, den ganzen Podcast noch zu hören, könnt ihr gerne auf den Link draufklicken. Und dann kommen wir zum ganzen Podcast. Ich hoffe der Teaser hat euch gefallen. Und viel Spass beim Anlöser vom Podcast. Danke vielmals. Möchern Möchern poo